Ja, hindert hier. Ich häng hier rum. Wo denn? Ah, hier. Willkommen zu einer neuen Folge. Schicku und Oli. Also, der heißt Hilde. Ich bin Hilde. Ja, ich mach mal das Fenster zu. Was hab ich denn für Statistiken, mein Lieber? In All Time. Ja? 0,6. Oh, guck dir das mal. Ich wurde viel besser. 30 kills, 21 Tote. Deine Punkte haben sich aber zur letzten Folge echt vermessert. Ich weiß. Ich glaub um 30 Punkte. Boah, 2 gegen 2. Die Mame fertig. 2 gegen 2. Die Mame fertig fertig. Stellt sich nur einer hier rein. Richtig. Alla, ich kann durch deine Brille gucken. Ist doch geil. Autismus-Pack, V1. Oh, guck dir den mal an. Boah, und den. GL wünscht Clan Bruder. Love, Bruder. Ist mir doch egal. Oh, ohne Fehler. Hast du das gesehen hier? Wenn ihr dieses Video seht, bin ich in Österreich. Wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr mich mal abonnieren. Ich mach wieder Videos. Echt? Willst du die auch mal schneiden? Ja, doch meine Videos. Bin ja nicht so ein Crack-Meer-Sachen wie du, ne? Ich sag nur Netflix. Ja. Ach Leute, falls ihr einen Netflix-Account braucht, treibt ihn an. Der Crackt euch was. Natürlich für einen angenehmen Preis. Verstehst? Kosten mich ja auch Geld. So. Plot Gucci. Du stellst so längst ab. Ich baue ab. Ja. Ich habe mir gerade erst mal neue Farbe gekauft. In meinem Zimmer. Ah. Mach ein Video, wie du streichst. Gut. Bist du noch rechtzeitig? Ja, ja. Gut. Oh, ich will einmal pünktlich. Na komm, Fetti. Oh, da kommt er. Ich spiele auch immer Battle-Kriege jedes Mal, wenn ich mich im Bett umdrehen will. Bett. Kriegste. Scheiße. Oh. Oh, jetzt. Fett. Wie viel kostet so ein Netflix-Account bei dir? Kommt auf Standard-Paket, Basis-Paket. Immer ein bisschen billiger. Ach, scheiße. Willst du vielleicht was von dir erzählen? Ja. Gut. Nö. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Bernhard XP. Ja. Die neue Runde geht los. Hallo. Geh doch weg, mir blöd. Wow. Oh, der Kassierte. Ich komm, Stürber. Nein. Ich helf dir. Ja. Ich bin jetzt da. Warte, ich brauch Bett ab. Jawoll. Gute Runde, Hilde. Dat war mal fett. Was ist extra von Villager? Perfekt. Ebola. Ich mach mal unser Sound-Pak rein, Leute. Das ist das Schnecken-Pak noch in der Beta. Ja, da fehlen noch einige Schleifchen. So, hier unten beim Texture-Pak seht ihr Bundesagentur für Arbeit. Das ist perfekt. Das Inventar ist perfekt. So, jetzt hört ich's nochmal. Oh, komm. No, 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 no. Komm, komm. Komm. Du nackst den? Ja. Ähm. Ja. Gut. Nein. Und er denkt sich so, fuck my wife. Pass auf, der ist hier über uns, ne? Ich weiß. Haben. Gut. Der hat unser Bett. Nicht so gut. Komm, jetzt direkt, komm. Okay, okay. Hol's Bett, hol's Bett. Hab's. Ja, Mann. Hier, du bist fett. Guck mal, monatlich Platz 1. 17.000 Points. Jungen, wie fett ist der Typ. Und seine Eltern vor allem. Fressen hinter fünf Eimer Mayo, die missgeburtlichen fetten Kinder. Weißt du, die dann noch hingehen? Zu McDonald's. Und die Mutter hat gekocht, sagt sie. Und dabei war sie bei McDonald's. Und hat noch ein Eimer Mayo mitgebracht. Ja, ich bin sehr medikamentenfreundlich, gell? Oh. Willkommen. Eine neue. Oh. Woll. Mach's das, Hilde. Mit Stolz. Komm. Ja. Jetzt noch den, hey. Ja. Oh. Ja, Leute, das waren drei Runden hintereinander. Die beste Folge des DEN YE. Man hört dich auf jeden Fall. Das war mal die beste Folge des DEN YE. LMAO. Tschüss. 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 Tschüss.